Jemen, Syrien, Kolumbien. Waffen aus Deutschland sorgen in vielen Regionen der Welt für Tod und Leid. Deutschland ist der fünftgrößte Waffenexporteur der Welt. Für die Profite weniger Unternehmen werden weltweit Menschen gefährdet. Und die Bundesregierung fördert die Waffenverkäufe auch noch. Selbst in Krisenregionen werden Panzer, Schiffe und Schusswaffen made in Germany geliefert. Werde aktiv gegen Waffenexporte. Fordere mit uns eine Änderung des Grundgesetzes Artikel 26.2 hin zu einem gesetzlichen Verbot der Ausfuhr von Waffen. Mach mit beim bundesweiten Aktionstag unsere Kampagne Aktion Aufschrei – Stopp den Waffenhandel am 26.2. Organisiere bei dir vor Ort eine Aktion oder beteilige dich an der zentralen Aktion von dem Deutschen Bundestag in Berlin. Bildstark wollen wir dort von 10 bis 12 Uhr unseren Protest gegen Wüstungsexporte in die Öffentlichkeit tragen. Dafür brauchen wir mindestens 100 Menschen, die mitmachen. Sei dabei und setz ein Zeichen gegen den Waffenhandel und führe eine friedliche Welt. Weitere Informationen findest du auf www.aufschrei-waffenhandel.de Aufschrei pipe dieーンen am 26.4. Abonniert den Waffenhandel.